Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lange musstet ihr warten, aber heute gibt es mein 1000 Abonnenten Special. Was bedeutet, wir werfen 150 Punkte über Triple Bullseye. Das Ganze ist im Livestream entstanden und ist mein offizielles 1000 Abonnenten Special für YouTube. Aber was ihr auf Twitch abgerissen habt, fand ich mindestens genauso geil wie die 1000 Abonnenten. Ehre gehen raus und alle, die da reingefolgt sind, einen Sub dagelassen haben. Danke dafür. Ich habe jetzt die Highlights aus diesem Stream zusammengeschnitten und am Ende gibt es wie immer, wie lange ich dafür gebraucht habe. Und was mein Puls war, als ich es letztendlich geschafft habe. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich habe hier so ein bisschen Wachs. Ich glaube, wenn ich das an den Fingern mache, so ein bisschen, dann treffe ich besser. Das heißt, du wirst so lange live bleiben? Ja. Also ich werde schon die meiste Zeit Darts streamen, aber vielleicht jetzt nicht bis 2 Uhr nachts oder so. Wie kann man nur so falsch liegen? Ich brauche jetzt mal einen geilen Versuch. Okay, war gut. Drei Darts, Single Bull nehme ich komplett mit. Oh, ich habe es gesehen. Die Lücke war da. Die Lücke war da. Ich habe sie nicht getroffen. Boah, das war eine geile Gruppe. Alter, wie der da steckt. Da hat er aber gewackelt, gerade der Junge. Wie habe ich die denn da reinbekommen? Kurze Side Story für Motivation. Meine Freundin kam gerade rein, hat gefragt, was du hier machst. Sie, das schafft er niemals. Der kommt noch nicht mal in die Nähe. Der kommt nicht mal in die Nähe. Also, also. Und nach der Story war ich maximal motiviert und fokussiert. Aber erstmal erkläre ich euch, worin meine Stärke im Darts liegt. Wisst ihr, glaubt, wo meine Stärke drin liegt? Ich glaube, meine Stärke ist darin, dass wenn ich schon 2 Stecken habe, dass ich, glaub, dann relativ akkurat bin. Steht ihr, was ich meine? Aber bis zu diesen 2 Darts dauert es bei mir wirklich lange. Ich hatte mal einen Stream. Da habe ich irgendwie 3 Checkouts. Alle ausgemacht, nachdem ich die ersten 2 Stecken hatte. Also, da hatte ich 100% dann. Auf Doppel quasi. Und ich habe, dass das Ganze nicht so langweilig wird. Immer wieder so kleine Challenges gegen den Streamchat gemacht. Und ihr seht unten, der Timer läuft ab, indem ich gewettet habe, dass ich es schaffe. Nur noch 10 Sekunden. Und jetzt schaut mal an, was passiert. 13 Sekunden. Ja, das sind doch vielleicht mehr Versuche, wenn ich mich so beeile. Ich glaube, meine Stärke ist darin, dass wenn ich schon 2 Stecken habe, dass ich, glaub, dann relativ akkurat bin. Das war, Mann! Und jetzt ist der Countdown vorbei. Ich will das nochmal sehen. Dann ging es natürlich gleich in die Nachanalyse. Und wenn die Spitze hier zwischen den 2 Darts gelandet wäre, dann wäre die Hoffnung groß gewesen, dass der hier so zwischendurch rutscht. Aber er ist, glaub ich, einen Millimeter zu weit links. Und deswegen wird er so weggebounced. Mein Ziel war eigentlich, der hier, der sollte hier so rein. Guck mal. Da so, da so oben drauf. Seht ihr das? Ich habe ihn losgelassen. Hier sind meine Hände. Und dann rutscht der. Guck mal, ich drücke nur von hinten. So sollt er rein. Genau so habt ihr das gesehen. So habe ich mir das gedacht. Aber stattdessen, statt hier reinzukommen, ist er so gebounced. Habt ihr gerade gesehen, wie der da reingeslidet ist? Genauso habe ich es mir gedacht. Aber war nicht so. Ja, und jetzt kann ich endlich sagen, ich hatte schon 2 drin. Ich habe nur den letzten verkackt. Ich habe ihn nicht verkackt. Der war einfach unlucky, würde ich sagen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ich werfe die Darts gerade ein bisschen anders. Und die fliegen so geil. Da habe ich so viel Platz. Oh, fuck. Da stecken die viel gerade an Bord. Habt ihr das bei den letzten 2 Bullseis gesehen? Der war richtig schön gerade. Da war richtig viel Platz. Dann stecken die so an Bord. Guck mal, wenn der so im Bullseis steckt, habe ich so viel Platz, hier so reinzuwerfen. So. Und da ist da übel viel Platz immer noch. Verabschiede mich erst mal Handballtraining. Wir sehen uns danach nochmal. Viel Spaß. Viel Erfolg. Dass du auch ein paar gute Körbe wirfst. Oder so. Boah. Die letzten 2 waren geil. Der erste hat so schön gesteckt. Wenn man dir während man selbst Darts spielt permanent beim Scheitern zuschaut, fühlt man sich irgendwie gleich besser. Das freut mich. Junge. Waren schon ein paar gute Versuche dabei. Ja, so Mittel weiß ich nicht. Guck mal, zählt das da als guter Versuch? Ist das ein guter Versuch für dich? Zwei drin, einer nicht. Das ist ein annehmbarer Versuch, würde ich so sagen. Bruder. Bruder, ich muss hier ganz rüber. No joke. No joke. No joke. No joke. Wieso? Wie kann denn der da durchfliegen? Hier ist doch perfekt so rein. Hier rein. Da wollte ich ihn rein. Zack. Und er fliegt so durch. Ein Ticken zu hoch war er. Ein Ticken zu hoch. Wie knapp war der zweite denn? Versuch, wenn du den ersten Single Bull hast, wenn ich den ersten Single Bull habe, zweiten Triple 20 und dritten Tops für das Feeling, ja. Boom, wir haben mal ein Checkout geschafft im Stream. Wir haben mal ein Checkout geschafft. Bull, Triple 20 Tops. Das wurde gecalled. Ich habe es gecheckt. Hier ist es. Boom, Junge. Bruder. Wilde Nummer. Das war unmöglich. Das war unmöglich. Gerade eben war ich viel zu weit weg, deswegen habe ich viel zu viel, mit viel zu viel Power geworfen, weil ich dachte, weil ich weiter weg stehe, muss ich das kompensieren mit mehr Kraft. Aber es war auch zu viel Kraft. Also ich will gucken, ob, falls ich ihn perfekt geworfen hätte, ob es dann funktioniert hätte oder ob es trotzdem gebounced hätte. Boah, das ist, das ist ultra schwierig, den da hinten rein zu bekommen. Der war fast perfekt. Ich versuch's mal von der anderen Seite, also von hier. Ich will gucken, wie ich sie anwerfen muss. Guck mal, selbst wenn ich sie perfekt anwerfe, wären sie da rausgegangen. Also anwerfen ist keine Alternative. Ich hätte sie perfekt so hier rein spitzeln müssen. Boah, das war... Ich war mir gerade so sicher, dass der reingeht. Wie kann der da schon wieder durchflutschen? Ich versuch doch, meinen eigenen Dart anzuwerfen. Guck mal, hier wollte ich ihn rein. Ich zeig euch mal, wie ich ihn haben wollte. Hier rein und dann nur noch so rein. Na, halt dann schon rein. Hier ist mein Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Okay, ich brauch wieder... Ich brauch ein bisschen Wachs an den Händen. Ich hatte lang kein Wachs mehr. Oh Junge, wie krass bin ich denn? Ich hab's einfach mit meiner Tasche... Wie krass war das denn? Zieh Schuhe an, glaub mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt. Soll ich Schuhe anziehen? Ich hätte halt nur ein paar saubere Schuhe. Das sind die einzigen Schuhe mit sauberen Sohlen, weil ich die selten anziehe. Das sind die Kyrie 5 oder so. Kurzer Flex. Plötzlich die Schuhe. Flex, Flex. Ich glaub, ich schaff's heute Nacht um drei, wo keiner mehr da ist. Dann, nachts um halb drei, als keiner mehr da war, nach 14 Stunden Darts passierte das. Schaut bis zum Schluss. Jetzt. Gestern hast du mich die ganze Spätschicht begleitet. Mal schauen, wie die Qual endet. Drück dir die Daumen. Ey, ich kann nicht mehr lesen. Danke, dass du mir die Daumen drückst. Brain ist schon durch. Solange aber mein Körper noch mitmacht, mach ich weiter. Ja, die Schuhe waren's. Die Schuhe waren's. Junge. Nein. Ja. Ey, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss kurz meine Eltern beruhigen, falls die jetzt hier reinkommen. Ein Moment. Meine Eltern sind von meinen Schreien wach geworden, aber ich konnte sie beruhigen. Und nach 13 Stunden habe ich es geschafft, dreimal Bullseid zu werfen. Ich danke allen, die das möglich gemacht haben, die abonniert haben. Danke. Danke. Ehre. Wir haben insgesamt 13 Stunden gebraucht und mein Puls war zwischenzeitlich bei 130. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch krasseres machen könnten. Okay, mir fallen doch noch ein paar Sachen ein. Tschüss.